Ich heiße Josef und ich komme aus Afghanistan. Ich heiße Ann-Marie Seger und ich bin Josef's Vaterin und ich komme aus Deutschland. Lies mir mal hinter der 1 vor, was da steht. So, und jetzt müssen wir ein Wort ansetzen. Lies mal den Satz zu Ende, dann weißt du auch, was da rein gehört. Richtig, so, und ihr schreibt das Wort. Als ich neu in der Schule war, Anna hat mir ganz viel geholfen und ich habe ganz viel mit der Hilfe von Anna gelernt. Und jetzt gehen wir rein. Und hier sind Rätselspiele, die kannst du reinfassen und dann fühlen, was das ist. Was machen wir hier? Also hier ist da ein Trümmer. Jetzt sprechen wir nach die Federtasche. Die Federtasche. Richtig. Jetzt holen wir da einen Füller raus. Und ich habe bei der Partnerarbeit auch was gelernt, dass man immer für einen Menschen da sein kann, egal ob er aus Deutschland kommt oder nicht. Man kann ihnen immer trotzdem helfen. Das war's für Sie. Das war's für Sie. Felixaku Die Federst cleaner sagt Untertitelung des ZDF, 2020